bezahlbarer wohnraum ist möglich hinter der wohnungskrise steckt das kapital konferenz in frankfurt am main es gibt vielfache konzepte und auch instrumente um für bezahlbaren wohnraum zu sorgen die politische linke klein und groß geschrieben initiativen verbände gewerkschaften die partei wissen wie man bezahlbaren wohnraum schaffen kann und wir wollen jetzt heute darüber sprechen wie das bereits in barcelona und in zagreb geht wie es in hessen im bund auch in berlin gehen sollte und was passieren muss wie man es macht darüber wollen wir heute diskutieren und darüber berichten dazu haben wir vier gesprächspartnerinnen heute abend und zwar zum einen vanessa valigno sie ist leiterin der wohnungsbauabteilung des stadtrats von barcelona barcelona en commun schön dass du da bist wir haben iva marci tic aktuell an der universität in kassel und sie ist die ehemalige leiterin der kommission zur verbesserung des managements der städtischen wohnungen bei der stadtregierung von zagreb schön dass du da bist dann caroline blaut von der initiative deutsche wohnen und co enteignen schön dass du da bist und janine wissler parteivorsitzende der linken abgeordnete im deutschen bundestag für die linke und hier in frankfurt glaube ich sehr gut bekannt schön dass du bei uns bist mein name ist jan schalauske ich bin einer von zwei fraktionsvorsitzenden der linken im hessischen landtag gemeinsam mit elisabeth kula und ich bin auch der wohnungspolitische sprecher unserer fraktion und darf heute hier der moderator sein die zentrale idee unserer heutigen diskussion heute abend ist der austausch von praktischen erfahrungen und von ausgangsbedingungen von unterschiedlichen erwartungen und im grundsatz die frage darüber was linke an der macht an der macht auch darüber könnte man diskutieren tun müssen um wohnen zu verändern um die mieten und wohnungspolitische situation spürbar zu verbessern beginnen wollen wir mit vanessa valigno wir würden gerne etwas erfahren über die erfahrungen in barcelona der letzten acht jahre mit erfolgen mit hervor mit herausforderungen mit erfolgreichen maßnahmen vielleicht auch ein rückblick wie die derzeitige regierung von der bürgermeisterin ada kolau an die macht kam was die hintergründe dieser erfahrung gewesen sind und sicherlich auch eine der haupt fragen was kann eigentlich eine linke progressive politik mit starken verbindungen an die basis an die gesellschaft zu den menschen was kann die in so eine stadtregierungen dann tun und für die menschen erreichen und natürlich sind wir auch daran interessiert etwas über die aktuelle situation in barcelona zu erfahren über die perspektiven jetzt nach den wahlen vom 28 mai ja vanessa valigno du hast das wort hello and thank you thank you for the invitation to the rosa luxemburg it's it's a like a a very good thing being here not trying to to show and to share with you with you all our just a few ideas so the main idea with this presentation is to what i'm trying to do it's making a link between the housing situation in spain and our arrival into the city government how come this housing crisis that we found in in barcelona and also in spain in 2015 was the one of the reasons that help us to to be at the at the city government this will be the idea you should of course be aware that it was not only barcelona in 2015 the city that was won by a new political party it was not a local movement it was a spanish situation so it was not only barcelona it was at that moment it was also madrid zaragoza valencia there were plenty of cities and one of the points that all of these cities were asking for new policies was about a new housing policy so let's see if i'm so the idea how to explain how this new political left group that in barcelona it's called barcelona how come did we arrive to one of the biggest mediterranean cities like barcelona with one million more than a million and a half people living there one of the main reasons was this this the failure of the public housing system it's not that we haven't invest money on housing it's that we have been investing millions of euros in housing but in housing in home ownership so finally we don't have so the result of this uh real estate policies is that we don't have this public or social or affordable however you want to call it a housing stock it's not only a barcelona situation but as i told you it's a spanish situation it means that we have less than one percent less than two percent of the total of the housing stock less one less than two percent it's a housing stock it means that in in barcelona figures it's like when we arrived to the city council there were only seven thousand five hundred social dwellings for a city of one million more than one million and a half a city so beautiful so attractive that we have a lot of tourists a lot of arrival of financial capital and only this one percent of housing social housing and this was not not as i told you it was not a casualty it's not like spanish people we don't like having uh social homes but it has been the result of a long history of housing and economical policies promoting this home ownership as a as a file as a philosophy so you will see no in in red you have the homeowners and in green the tenants meaning that not not tenants like you're staying and that you have uh some securities but we have a private rental sector without like like not is not is not your situation it's a very unsecure tenant situation so but the good news is that as i told you we have not like not only in barcelona and out of cities we have a long history and long and strong history of social movements who were fighting against this uh failure this housing failure system so the main demonstration they started when the mortgage bubble burned you remember 2008 with all these amounts of evictions so people start to to demonstrate to ask for new housing policies this is barcelona it's against all this mass tourism that are buying our city so we have we we did have this social movement thanks to that social movements and things also that we were most of us involved in these social organizations the most known and the one that we were very involved was this plataforma affect us for life but maybe you know it's a platform of people affected by mortgage crisis one of her one of the most visible faces of this social movement was or is our uh actual mayor actual today because tomorrow we will have another mayor which is ada colau this is the day of the inauguration the idea of the the picture was to show you that it was like a like a very festive and very popular party it was not i don't know how you celebrate if if you celebrate or not the the change of mayor but before in barcelona nobody celebrated because nobody really take care of this but that day in 2015 it was like a a party and the street and this is ada colau the mayor it was the first time that we had a woman being a mayor and not any woman but a woman coming from a working family not from the political uh so once you know like we were related not involved in social movements criticizing this housing situation and suddenly we were responsible to fix it to fix a situation that was created through a long history of economic and housing policies i just write it down some situations i we don't need to to go just for you to have an idea what does it means like maybe coming from the street from the social movements and suddenly you arrived into power and you need to solve to fix all these tremendous problems that we have we don't need to to list because it's it unfinished what did we try to do the first thing of course it's trying to work with like in a human rights paradigm it's like changing the way of housing policies before it they used to be very not open very closed not there was not easy it was not easy to know who was taking care and why the decisions were taken so we tried to to enforce all these participatory plans and meetings this is the picture this is a good picture of the like our housing plenary that we try to 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 make it strong it's just twice a year so the idea is that twice a year but we have different working groups to make it easy to like and work the participatory process so of course just to mention some some policies like this anti-eviction unit this idea of anti-harassment unit like we did have a law in catalonia that allowed us not only us but all the local municipalities in catalonia to sanction to find these bad practices but nobody nobody was able to do it because as you will see these real estate actors they are very powerful and they were used very used to to manage the city so you maybe you don't understand understand spanish but these are news from the newspaper uh just saying that call out it's uh finding this uh baby 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 we are like these financial institutions for having empty flats this is the idea of the picture we also of course as you do in in your country we we start to 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 purchase housing but not only to to have more uh social dwellings but also to to avoid gentrification a new way of new alliances because we said we've we realized very quick that alone it will be impossible to to do it all the housing policies that we need to to do to cover all the deficit that we have so this cooperative or collaborative alliances with these new cooperatives has been very important and also this kind of this thing about okay it's not only like a municipal government taking care about the municipal competences but trying also to change national or state regulations in order to to attend people's needs that's not what what we try to do that these were the days when when we achieved this rent regulation in catalonia which was a a huge victory but it's only one year and a half victory but we had uh this rent regulation functioning so this was the the idea of the intervention was to show this kind of what happened no if if you if we have done such a good policies why we are not having no like we why we are not winning why you are not like having all the majority people uh asking us to to remain uh running or governing the city i just pointed out some reactions this fake news while we were trying to manage to have uh to promote new houses this uh this right this they start to invent this fake news like the typical one was that our mayor who who was a tenant that that she bought a beautiful and tremendous house it was a it was a fake new but it was impossible to stop it because they had all these whatsapp groups and all these uh internet medias so nowadays there is people in barcelona who thinks that our mayor has both a beautiful palacio these 15 court cases once we started to sanction to find all these landlords because of not complying the law because of doing illegal uh things they react uh taking us to in front of the courts which is something that you could think ah but what's the point the point is that when the people start to think oh mayor call out she has to go to court because there is this uh financial power that says that she's uh not doing well so the people they they don't understand what's going on but they think if she's going to the court something is going on the threat of insecurity that all the medias always even though you were working in the city and the city was okay as usual it was not the the not so different from before they were always talking about this insecurity dirtiness and squatting the big fear the big threat was like as our mayor used to be a squatter she is in favor of squatting and if someone occupies your home the mayor the city council won't help you so this fear was real and what happened that happened is that when while they were doing all these fake news when they were threatening people we were working working no let's do new homes no let's approve a new rent regulation no let's work but we didn't take the time and the energy to to fight this fake news to fight these threats to try because we were in the into the in managing not trying to do like the best politicians so the point for the discussion what's the challenge that in my in spanish it will be much better but in english that's why i put the pictures the the and the main idea is that while from the left we are trying to to do this good management of things trying to work a lot and we sometimes we forgot to to propose to promote desires dreams and being a tenant in spain it's not a dream so we have been fighting so much for tenants rights and we need to do it but people in spain they don't want to be a tenant they want to be homeowners and to have their own private swimming pool this is a picture of catalonia we have we have a private swimming pool for every 40 persons of people in a country not like yours that rains non-stop raining a country where it doesn't rains full of a private swimming pools no people it's taking a bath but this is their dream and it's not a genetic dream it's a dream that is that has been provoked by the by the right and we need another dream so the idea was in order to provoke to 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 help to have other dreams from the left why don't we try to to dream in about sharing social responsibilities and living of labor income because nowadays in spain the people they want to be functioner like a civil servant or living from rents but nobody wants to work have a decent life by her by her by their income labels that's the idea vielen dank für den spannenden einblick für die in der für die situation in barcelona wir würden jetzt gerne von den erfahrungen aus barcelona mit zu den erfahrungen dies mit der regierung in der hauptstadt kroatien's in zagreb gibt dort regiert seit 2021 eine links-grüne koalition mit einem bürgermeister tomislav tomaschevic ich hoffe ich spreche es richtig aus und iva macetic soll wird uns jetzt darüber berichten sie ist die ehemalige vorsitzende der kommission zur verbesserung des kommunalen wohnungswesens das hatte ich bereits gesagt und sie kann uns etwas sagen zu den erfahrungen der kroatischen linken an der macht oder an der regierung und insbesondere auch noch mal was über die errungenschaften die erreicht werden konnten für die verbesserung der situation von mieterinnen in den kommunalen wohnungen ja du hast das wort okay thank you um first of all i was while vanessa was speaking i had a little bit um i became a little bit emotional because it what she was saying reminded me of the situation in zagreb uh i'm gonna uh start with uh with uh with something that a friend of mine who is also involved in urban struggles but in belgrade commented and we are the same generation and he said uh we commented the politics that we were doing or the things that we were doing in zagreb and he said we are going to go into history as generation and as people who simply were so smart and we didn't and that and nobody kind of uh figured that we are so smart and nothing came out of it um in a way so in terms of um first of all in terms of our connections i am also a bit emotional here because i met vanessa just before uh just before the first elections in barcelona first elections where ada colau won and back then uh we uh we were very infatuated with what barcelona was doing because we were fighting in zagreb for many years without really uh seeing any improvements with things going worse from bad to worse and then we started kind of uh barcelona was our impulse to go to go into politics to kind of be to envision a future or a politics that could uh that could accommodate us and our uh political desires and our dreams if we are talking about uh dreams now which i think we should so uh both me and together with the current mayor we we in the period uh between i think 2015 and 2017 uh when we went for our first elections we visited uh barcelona i think three times and spoke uh with people who there won won um elections and what was wonderful about barcelona also was that people who just got into the government found the time to talk to us and to show us and to really keep this spirit of internationality uh going which i really appreciate and have to say now on stage because vanessa is here and i'm and i'm sure there are hard times that they are going through in barcelona now so uh in terms of also what was mentioned here how uh we as a my experience also is as a leftist option in power uh trying to figure out what is the best kind of solution for a certain problem working to a lot on on kind of ideas and concepts and methods on how we can envision future our urban future all the while the attacks are brutal and attacks on this kind of government are ongoing but then it goes to show that uh that doing something is not possible uh is not is not possible to be seen uh especially it's not possible to be seen from the position of municipal government quickly um and also the and also with its uh limitations i'm going to go right into zagreb and my own experience i was as somebody who has been working in this urban and housing issues as an activist for years my role at the moment when we won elections was somewhat of a of a person who just goes through offices that deal with housing and planning and property management and tries to figure out uh what is going on and tries to kind of um amend the situation as it was what i'm trying to say with this is once we got into power even though we researched and we knew a lot about the way municipalities functions function to get into this system that was created as as a structure to work against your ideas to come into it and to try and work with it is a task in itself when it comes to housing i'm sure as it is i know that it's the same case in germany competencies for housing are divided through different institutions through planning through social social amenities institutions through uh uh to asset management and uh also through uh publicly owned firms uh companies companies such as public housing companies and so on so these competencies are quite uh there's a quite a run around a big range of uh different and separate uh clusters that actually do not see the whole picture and housing and in itself is a complicated issue that then is kind of uh being uh divided and butchered through the institutional framework so to come into a situation where you are uh about to where you are tasked uh to kind of change uh change the the relations change the housing relations or expected to do something uh that is a very very uh complicated task to do what we did was to form these uh commissions uh of which i was i was head of one uh these commissions uh uh had this role of being this kind of overarching umbrella uh kind of institutions uh that actually could be set up only through mayoral power not through democratic decisions because this is the setup of the institutional framework that we get that we got uh and by by instituting these commissions we try to kind of work through different uh through different areas um my uh first task was and the biggest task was kind of to change the bylaws to change the laws about how housing is allocated how public housing is allocated and how we treat uh public housing and how we treat public property uh one of the things that i don't know how how much it is uh common here but uh public property served as a piggy bank for uh municipal uh for municipalities in terms of when you have a hole in a budget you just sell some property this this was the the philosophy that we inherited that this was philosophy that we came came on to also when it comes to uh public housing uh uh it was the way it was the way it was managed and structured and allocated was um like deeply backwards in the way that it was uh racist and it was um very much closed closed system that that also played uh that also created a certain power relations uh in the in the municipality uh with those who had the power to allocate housing so the things the thing that um well when i say the things that i have done i have moved out of zagreb uh this uh a couple of months ago and i still have documents that are sitting in the legal office in the city administration of zagreb and not being resolved so these are the slow processes but what we did in this in this time as i was a commissioner so to say is to forbid city to sell any um any of its apartment to make it into a a bylaw of the city that the selling of apartment is not permitted uh in in any kind of circumstances except when you know you are forced to do so by state uh also uh allocation of housing uh was was done in a kind of uh we did a complete overhaul of this allocation and and got rid of certain kind of um racist measures and also measures that that gave housing into uh into hands into hands that um should not have it um not to go into the details but uh also and also to uh create and also to uh take commercial property of the city uh in a way to use it in a way so that it makes money from rent not from selling this is something that i and my colleagues spend like a year and a half constantly doing and it's still not over uh but this in itself uh does not change material conditions of people living in the city so coming back to what vanessa was saying about kind of working on things and it not just and and being really busy and really thinking that you're on the right path of changing uh circumstances it's like um those things are not necessarily visible nor felt uh in the wider kind of uh population and not only attacks from the right but also this kind of a structural impairment is something that that can uh bring us into a situation where we are not able to secure other uh mandates and to to continue with uh with working um on these on these issues when it comes also to housing in terms in in the place where i come southeast uh europe uh it is in its tenure structure quite similar to what vanessa was saying it is mostly private home ownership but the reason also and and to continue again uh on the spain and the question of spain a lot of money is being spent through housing subsidies and different kind of housing uh and giving to to kind of housing solutions that are not um that are not producing uh they are not producing the stable housing situation but are giving money or giving public channeling public money into private uh home ownership which is a quite uh standard situation that has been happening to in in many countries but in terms of so just to understand a lot of money is being spent but it's being channeled through the through through these kind of schemes but on the other side not almost any money nor nor possibilities to invest into common and public solutions to housing are uh almost uh non-visible or not not existing um i know that in zagreb in these two years there might be a chance that there is uh finances financing secured for only 300 uh apartments 300 uh social uh public apartments uh through uh european investment bank and so on so to get to these investments is is so hard and also to be a player in the market buying land and so on with this land appreciation situation that we have is kind of a uh a turning wheel that goes that goes nowhere so to conclude i would say and my kind of um my my thoughts about what i have seen in zagreb and also i i think what what i can sense in in maybe in barcelona and other cities um is that we through different mechanism be it in public office or be it through different kind of power uh building power relations one of the things that actually kind of uh um i think is is the path forward that can be is without it we cannot go go further is actually to secure um as much as possible of uh kind of infringing on private rights private property rights in a sense of creating policies and funding money into creating uh more common ownership uh more common ownership and more public ownership through mechanisms such as um uh rights of first refusal as you have uh or as you have in berlin expropriation and so on and also uh uh trying to devalue uh the the value of uh of urban land through planning tools and so on without kind of severing these ties between financial markets and uh and housing markets no no city will be able to actually change uh material conditions of of people i would say thank you ja vielen vielen dank an eva also sind jetzt schon die richtigen stichworte zur überleitung genannte worden vom kampf in sagreb gegen den verkauf von öffentlichen wohnungen und für sozusagen die wieder aneignung auch von öffentlichen wohnungen indem man öffentliches geld dahin lenkt kommen wir jetzt drittens zu einem thema das glaube ich auch in ganz deutschland auch für diskussionen ja gesorgt hat nämlich über den erfolgreichen volksentscheid von deutsche wohnen und co enteignen der im september 2021 eine mehrheit in berlin ja gefunden hat und jetzt so ein bisschen die frage steht wie kann denn der dieses dieses mehrheitliche votum dann auch wirklich umgesetzt werden wir vielleicht noch dazu sagen dass ich glaube der letzte die die letzte erfolgreiche volksentscheid für die enteignung überhaupt in der bundesrepublik war 1946 mit der annahme der hessischen verfassung und ich glaube wir konnten uns viele jahrzehnte gar nicht vorstellen dass man in deutschland mit einem volksentscheid also für die vergesellschaftung von wohnungskonzernen mehrheiten gewinnen kann also ein wirklich ganz ganz tolles ergebnis aber es steht natürlich die frage wie geht man mit der jetzigen situation um und deswegen würden wir gerne von dir caroline erfahren wie seht ihr die aktuelle lage was sind eure pläne wie könnt ihr wie verfolgt ihr jetzt das ziel der politischen umsetzung des volksbegehrens mit blick auf die vergesellschaftung von großen wohnungskonzern vor dem hintergrund sich jetzt auch noch mal veränderter politischer rahmenbedingungen sagt man ja auch in berlin haben sich die regierungsverhältnisse verändert und genau wäre genau wir freuen uns auf deinen beitrag gut ja vielen dank bevor ich darauf eingehe wie jetzt so die lage ist und wie wir auf die weitere umsetzung uns vorbereiten will ich noch mal hervorheben was für eine erfolgsgeschichte das jetzt schon ist was da in berlin erreicht wurde die entscheidung für diesen volksentscheid hat sich ja nicht einfach nur gefunden sondern der ist eine enorme mobilisierung in der stadt vorangegangen wir haben ich kann mich noch erinnern bei dem ersten zoom meeting 2020 als klar war es fängt jetzt die zweite sammelphase an da waren wir fünf leute für den bezirk pankow und haben dann angefangen uns zu überlegen wie wir jetzt in pankow 60.000 unterschriften sammeln für diesen volksentscheid während pandemie und während winter und haben uns dann immer weiter organisiert und zusammengefunden nicht nur in pankow sondern in jedem bezirk in berlin und waren dort so präsent in der stadt dass es fast nicht möglich war einen spaziergang zu machen ohne jemanden mit einer lila weste an über den weg zu laufen und selbst ich als ich glaube ich 2018 zum ersten mal mit einer freundin über dieses damals noch volksbegehren gesprochen habe war irgendwie von diesem wort enteignung so irritiert dass ich auch dachte das kann gar nichts werden obwohl ich es total super finde und ich glaube dass das möglich war also diesen diskurs in die richtung zu verschieben und erstmals ja die kapitalistische eigentumsordnung auf diese art und weise in frage zu stellen und auf den artikel 15 zu verweisen des grundgesetzes ist schon mal ein enormer erfolg und auch ein zeichen dafür dass es möglich ist mehrheiten zu gewinnen für progressive linke politik wenn man die belange der leute in den vordergrund stellt der menschen die dort wohnen für den volksentscheid haben über eine million berlinerinnen gestimmt das sind zusammen mehr als spd grüne und linke bei dieser wahl bekommen haben ja jetzt sehen wir uns in der situation wo wir so ein bisschen zweigleisig fahren zum einer sei also einerseits ist dieses ist dieser volksentscheid jetzt so auf der ebene der institutionen und der politik es wurde von der ja jetzt nicht mehr aktuellen berliner regierung eine expert in kommission eingesetzt die darüber beraten soll wie vergesellschaftung möglich ist in ihrem zwischenbericht hat die kommission schon deutlich gemacht dass vergesellschaftung möglich ist das wussten wir als initiative auch schon vorher wir hätten uns auch gewünscht dass es einen anderen weg gegangen wäre nach der wahl und das direkt ein gesetz erarbeitet werden würde aber nun gibt es mal nun mal diese kommission und auch wir als kampagne haben uns entschieden uns daran zu beteiligen wir sind sehr dankbar für die expert in die dort in der kommission weiter daran arbeiten wie man vergesellschaftung genau umsetzen kann in berlin und wir als kampagne begleiten das auch intensiv und auch wir profitieren von diesem wissen was da generiert wird diese kommission wird nun ihren abschlussbericht vorlegen in knapp zwei wochen und wir sind überzeugt dass da noch mal bestärkt wird was auch schon im zwischenbericht gesagt wurde nämlich dass vergesellschaftung möglich ist und dann ist natürlich unsere forderung an die regierung von berlin dass der volksentscheid auch umgesetzt wird ja so richtig gut sieht es damit nicht aus denn wir wissen auch was im aktuellen koalitionsvertrag steht und da steht nun mal dieses rahmengesetz wir als kampagne und ich denke auch die berliner stadtgesellschaft ist sich im klaren darüber dass dieses rahmengesetz eigentlich nur eine verschleppungstaktik ist da steht nichts wirklich drin dann da stehen nur so allgemeine richtlinien drin so was braucht es nicht wir alles was wir brauchen um diesen volksentscheid umzusetzen steht in artikel 15 und wird auch in dem abschlussbericht der expertinnen kommission stehen dieses rahmengesetz ist also total unnötig und wir wissen auch dass kai wegner ein entschiedener gegner der vergesellschaftung ist und glauben auch nicht dass er seine meinung da ändern wird er hat sogar öffentlich gesagt dass er das von ihm mit verabschiedete rahmengesetz verklagen würde beziehungsweise anzweifeln würde damit es vor dem verfassungsgericht landet ja ich habe schon gesagt wir fahren zweigleisig von daher wir warten nicht einfach nur was passiert und begleiten diesen institutionellen prozess denn ich habe ja schon gesagt wir sind auch in den kiezen verankert und machen dort vor ort auch weiter arbeit in der stadtgesellschaft und ich glaube das ist auch essentiell wichtig dass wir in kontakt bleiben mit den mieter in dieser stadt dass wir zeigen es gibt uns weiter wir arbeiten weiter wir überlassen das nicht einfach der politik sondern wir sind weiter präsent es gibt viele kiez teams die stadtteilarbeit machen die arbeiten mit stadtteilläden zusammen die machen konkrete angebote wir machen organizing also wir machen angebote für mieterinnen um sie dafür zu befähigen sich zu organisieren in ihrer hausgemeinschaft in ihren wohnblöcken und gegen die abzocke ihrer vermieter innen vorzugehen bei den nebenkosten oder bei sonstigen mietsteigerungen sich dagegen zu wehren also wir sind weiter in der stadtgesellschaft präsent und arbeiten auch konkret an den problemen die es jetzt gerade gibt ja wie geht es weiter also wir als kampagne sind weiterhin total stark wir haben regelmäßige treffen und wir sind einfach gewachsen durch diese zeit die wir auf zusammen verbracht haben und in der wir uns das wissen angeeignet haben wie vergesellschaftung umgesetzt werden kann in berlin und für uns ist klar wir machen so lange weiter bis der volksentscheid umgesetzt wird denn für uns ist klar dass das möglich ist und bis das umgesetzt wird wird es die kampagne auch weiter geben danke ja danke caroline klare klare ansage wird die kampagne weitergeben janin jetzt haben wir zuletzt über die kampagne zur zur vergesellschaftung der großen wohnungskonzerne in berlin gesprochen wir hatten jetzt heute in einem workshop auch die diskussion bereits um den mietendeckel der ja auch in berlin erst gewirkt und für furore gesorgt hat dann leider wegen mangelnder landeszuständigkeit vom verfassungsgericht gekippt wurde und natürlich stellt sich so ein bisschen die frage wenn wir auch das hören was wir aus barcelona und zagreb jetzt gehört haben was sind quasi die überlegungen der linken im bereich der wohnungspolitik der mietenpolitik auf bundesebene in der frage auch der rahmenbedingungen da jetzt noch mal initiativ zu werden mit welchen forderungen plant die linke da in die auseinandersetzung zu gehen auch vielleicht um in der wohnungspolitik ein teil dazu zu leisten dass wir das was wir im moment ja erleben nämlich diesen krassen angriff von rechts den kulturkampf von rechts aber auch den kampf sage ich mal gegen ökologische und soziale maßnahmen um den quasi in der wohnungspolitik zu begegnen ja ich denke erst mal vorweg dass der kampf um bezahlbaren wohnraum natürlich eine der zentralen sozialen fragen unserer zeit ist und das ist eben nicht nur in deutschland so und ich finde es sehr gut dass wir hier auch ein internationales podium haben weil es total wichtig finde dass wir die kämpfe auch innerhalb von europa miteinander vernetzen und auch voneinander lernen weil wir kämpfen zum teil gegen die gleichen konzerne wir kämpfen gegen die gleichen ja die gleichen die davon profitieren und deshalb finde ich das total wichtig dass wir eben das auch auf der europäischen ebene zusammenbringen und ja auch das gemeinsam vernetzen ja wir erleben aktuell ja eine dramatische steigerung bei von preisen bei energie bei lebensmittel aber man muss natürlich deutlich sagen dass wir diese preisexplosion im bereich der mieten schon deutlich länger haben also wir haben es gibt städte da sind die mieten um 30 40 50 60 prozent gestiegen in den letzten jahren und das führt natürlich dazu dass menschen verdrängt werden dass menschen aus den innen städten heraus ziehen müssen weil sie sich die mieten nicht mehr leisten können und um das jemand an frankfurt zu verdeutlichen also es ist eben nicht so dass wir nur in frankfurt einen mangel an bezahlbarem wohnraum haben sondern es zieht sich immer weiter in ganz hessen es gibt in hessen 26 kreisfreie städte und es gibt 26 landkreise und kreisfreie städte und in einem einzigen gibt es einen überhang am bezahlbarem wohnraum in einem einzigen also das zeigt wirklich wie drängend das problem ist und aktuell ich will da will ich nur erwähnen dass wir auch ein problem haben dass viele neue mietverträge in den letzten jahren mit sogenannten index mieten abgeschlossen wurden das heißt dass die mieten an die inflation gekoppelt sind und sehr viele mieterinnen und mieter in den letzten jahr wirklich mieterhöhungen bekommen haben von 5 6 7 prozent und dass dieses jahr auch wieder ansteht also von daher denke ich dass die frage des bezahlbaren wohnraums der mieten natürlich total entscheidend ist und was ist das problem natürlich das problem ist dass große wohnungsbestände der kommunen der länder des bundes in den letzten jahren und jahrzehnten verkauft wurden privatisiert wurden und das eben an konzerne die die mieten in die höhe treiben und deswegen finde ich das auch so wichtig zu sagen dass konzerne wie deutsche wohnen oder bonovia die schaffen keinen wohnraum unterm strich vernichten sie bezahlbaren wohnraum weil sie wohnungen aufkaufen dann teuer sanieren die mieten in die höhe treiben und es gibt ja die zahl dass statistisch die mieterinnen und mieter bei bonovia deutsche wohnen so pi mal daumen 2000 euro im jahr quasi an die aktionäre überweisen das heißt die wohnungen werden nicht größer die werden oft nicht besser sondern es findet eben diese verdrängung statt und deswegen war natürlich auch der volksentscheid deutsche wohnung co enteignen so zentral wichtig weil er an die ursache des problems gegangen ist und nicht nur geschaut hat wie können wir die symptome bekämpfen sondern an die ursache des problems gegangen ist und das ist die eigentumsfrage und das sind die eigentumsstrukturen auf dem wohnungsmarkt und dass diese großen konzerne eben den markt dominieren und ich finde dass ich finde denn deshalb finde ich das so wichtig daran zu gehen weil natürlich was die ampel macht und die ampel ist ja auch in diesem bereich ein total ausfall wie in vielen anderen bereichen ich meine sie haben den kreis der wohngeld bezieherinnen und bezieher haben sie ausgeweitet das halten wir nicht für falsch natürlich nicht weil menschen damit geholfen wird aber es geht eben gerade nicht an die ursache ran sondern am ende werden zu hohe mieten über die allgemeinheit subventioniert statt an die mieten ranzugehen und zu sagen die müssen wir stoppen die müssen wir deckeln sondern jetzt subventioniert man diese hohen mieten und die ampel ist ein total ausfall im bereich des mieterschutzes im bereich der politik für die mieterinnen und mieter das haben wir finde ich gerade auch sehr aktuell gesehen dann der frage dass der wärmewende und das gebäude energiegesetzes wo ja die frage der mieterinnen und mieter einfach eigentlich nicht vorkommt wo wir ja gefordert haben die modernisierungsumlage muss abgeschafft werden die mieterinnen und mieter müssen geschützt werden weil natürlich muss der gebäudesektor sei klimaziele erfüllen also auch wenn die sektorenziele jetzt dank der ampel abgeschafft werden ist das natürlich notwendig dass wir im gebäudesektor massive einsparungen haben aber da wir auch wissen auch der co2 verbrauch also der co2 ausstoß ist nicht gleichmäßig auf die bevölkerung verteilt darf es eben am ende nicht auf die abgeladen werden die ohnehin schon wenig haben und ein total ausfall ist natürlich die ampel auch im bereich der schaffung von bezahlbarem wohnraum neubauziefe fehlt die sozialwohnung jede zwölfte minute jede alle zwölf minuten fällt eine sozialwohnung aus der bindung und das ist natürlich ein riesiges problem und gleichzeitig schwadroniert ja dann die fdp davon eben wohneigentum stärker fördern zu wollen so nach dem motto du kannst dir deine miete nicht mehr leisten dann kauft ihr doch ein haus also und jetzt ja auch die forderung raun steht nach der abschaffung der grunderwerbssteuer zum beispiel was ganz interessant wird dir den ländern komplett zugute kommt also das heißt eine eine politik eben genau nicht für die mehrheit der menschen die auf bezahlbaren wohnraum und auf bezahlbare mietwohnungen angewiesen sind ja die bundesregierung hat das neubauziel verfehlt aber ich finde auch zentral dass wir als linke deutlich machen dass das credo von bauen 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 eben nicht die lösung der probleme auf dem wohnungsmarkt sind und das sehen wir in einer stadt wie frankfurt wird jede menge gebaut und das wird sehr konsequent am bedarf vorbeigebaut es sind in den letzten jahren neue stadtviertel entstanden es werden hier ein büroturm nach dem anderen hochgezogen obwohl wir jede menge leerstand in diesem bereich haben also es wird gebaut aber eben am bedarf vorbei alleine hier dieses universitätsareal dieser campus ist das beste beispiel dafür wo es ja komplett dem land hessen gehört hat und wo jetzt eben hochpreisiger wohnraum entsteht und eben nicht die möglichkeit genutzt wurde hier bezahlbaren wohnraum zu schaffen aber natürlich sind wir auch aus ökologischen gründen dagegen weil wir wollen ja nicht die letzte fläche versiegeln und die wohnungen die sich die menschen um jetzt hier mal in frankfurt zu bleiben im nordend in bockenheim in sachsenhausen nicht mehr leisten können die sind ja auch nicht auf einmal weg die wohnungen sind ja noch da die sind nur so teuer dass man sich nicht leisten kann und deswegen finde ich zentral dass wir auch sagen bauen wir können nicht der vernichtung von bezahlbarem wohnraum hinterher bauen sondern wir müssen in den bestand eingreifen und das ist das zentrale und da ist natürlich der erste punkt die frage mieten stoppt die frage eben ein wirksamer mietendeckel ja du hast es eben gesagt berlin hat den eingeführt das bundesverfassungsgericht hat gesagt ist nicht verfassungswidrig aber ihr dürft es auf landesebene nicht machen also muss ja die konsequenz sein dass wir einen bundesweiten mietendeckel haben müssen selbstverständlich ja das brauchen wir und zwar auch einen der auch in einigen städten dann eben und einige städte mieten senkende wirkung hat und mieterinnen und mieter schützt weil die mietpreisbremse einfach komplett oder ziemlich einfach unwirksam ist weil es viel zu viele lücken hat für neubau nicht gilt weil ja auch nur für gebiete mit angespannten wohnungsmarkt was dann die länder definieren und teilweise sehr schräg definieren was dann auch dazu führt dass immer mehr möblierte wohnungen vermietet werden also alle diese 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 ausnahmebestände dann eben auch genutzt werden deswegen finde ich das erst mal das zentrale nicht hohe mieten subventionieren durch ausweitung der wohngeld empfänger sondern rangehen an die hohen mieten das zweite natürlich die frage der sozialwohnungen des sozialen wohnungsbau sträflich vernachlässigt ich will auch hier eine zahl aus frankfurt nennen weil es ja so ist dass in deutschland auf der eindruck entsteht sozialer wohnungsbau das sei quasi nur für eine ganz kleine gruppe so sage ich mal die armen ärmsten der armen so ist es nicht in frankfurt gab es vor ein paar jahren statistik die besagt hat dass 48 prozent der frankfurter bevölkerung ihres einkommens nach anspruch auf eine sozialwohnung hätte 48 prozent und auf öffentlich geförderten wohnraum zwei drittel der frankfurterinnen frankfurter das heißt also wir haben sowieso schon einen mangel an sozialwohnungen wenn die die alle eine beantragen würden dann wäre wäre es wäre überhaupt nicht möglich weil die zahl der sozialwohnungen sich natürlich auch in der stadt wie frankfurt mehr als halbiert hat und auch immer mehr sozialwohnungen verloren gehen als neue entstehen ich kenne jetzt die zahl von diesem jahr nicht vorletztes jahr waren es glaube ich ganze 88 sozialwohnungen die die stadt frankfurt geschaffen hat ja also bei was natürlich angesichts der bevölkerungszahl wirklich ein schlechter witz ist ich finde einen weiteren punkt zentraler das sind die bodenpreise wir erleben eine massive bodenspekulation und auch hier um die ecke ist in einer straße sind zwei häuser verkauft worden hat sich irgendwie nickt zwei häuser verkauft worden und dann haben sich die bodenrichtwerte verdreifacht wenn ich mich richtig erinnere und das zeigt ja dass wir einfach ein riesiges problem haben dadurch dass die bodenpreise und die spekulation mit grund und boden der ja nun mal nicht vermehrbar ist der auch nicht besser wird der auch nicht irgendwie ja sondern der einfach rein aus spekulationsgründen mehr wird weil er eben knapp ist dass wir daran müssen dass es dringend notwendig ist diese bodenspekulation die auch die die eben ein zu die einzugrenzen und deswegen also eigentlich muss man sagen diese ganzen bodenspekulationsgewinne muss man komplett weg besteuern aber ich meine da hat ja niemand was für getan also diese das müsste man komplett weg besteuern das problem ist halt teilweise ist die öffentliche hand sich selber daran beteiligt indem sie grundstücke zu horrenden preisen verkauft und damit eben natürlich die bodenspekulation in die höhe treibt leerstand bekämpfen ganz zentraler punkt in ganz vielen städten ein problem wir haben wohnungsmangel und trotzdem haben wir leerstand das heißt eine künstliche verknappung des angebots und ich finde das absolut zentral dagegen vorzugehen und ich will einen punkt ansprechen karen lei hat das jetzt gerade ein konzept dazu vorgestellt zu der frage des wohnungstauschs ja also finde ich einen total zentralen punkt weil wir haben ja wirklich das problem dadurch dass die mieten so hoch sind haben wir einen total zementierten wohnungsmarkt weil jeder der bezahlbare wohnung hat ich habe hier einen bockenheim seit 20 jahren also wenn man eine bezahlbare wohnung hat die gibt ja keiner mehr her was aber dazu führt dass wir halt die menschen haben die in zu großem wohnraum wohnen und menschen haben die total beengt wohnen das heißt also zum beispiel die senioren die vielleicht verwitwet ist und die kinder aus dem haus sind und wohnt in einer vier fünf zimmer wohnung hatten 40 jahre alten mietvertrag also um nicht falsch verstanden zu werden wir wollen niemand aus seiner wohnung verdrängen wenn sie dort wohnen bleiben möchte bleibt sie das natürlich aber ich gebe immer wieder auch gespräche habe immer wieder gespräche mit leuten die sagen ich würde sofort eine kleinere wohnung ziehen gerne irgendwas altersgerechtes barrierefreies aber mein mietvertrag ist 40 jahre alt wenn ich von den vier zimmern auf zwei zimmer gehe dann vervierfacht sich mein mietpreis riesenproblem und gleichzeitig wohnen dann die jungen familien in der studentischen zwei zimmer wohnung und dafür haben wir jetzt auch praten antrag in den bundestag eingebracht das zu erleichtern dass wohnungstausch möglich ist um eben wirklich an den bedürfnissen dass eben nicht so viel wohnraum auch verloren geht und das nicht bei jeder neuen mietvertrag wieder etwas draufgeschlagen wird ja ich finde gerade zentral auch angesichts der steigenden mieten angesichts der steigenden nebenkosten die frage der verbot von zwangsräumung verbot von schrom und gas sperren und natürlich auch dass unser ziel sein muss obdachlosigkeit zu überwinden da gibt es ja das mit dem housing first konzept und eben wirklich wohnraum zu schaffen und den letzten punkt den ich noch ansprechen will um es jetzt nicht zu lang zu machen finde ich auch noch mal einen blick darauf zu werfen auf die frage des barrierefreien wohnraums war vor einiger zeit auf einer veranstaltung wo es genau darum ging und dass viele menschen mit behinderung dass menschen mit rollstuhl teilweise bis die 30 sind oder länger bei ihren eltern wohnen bleiben weil es völlig unmöglich ist barrierefreien wohnraum zu finden der in irgendeiner form bezahlbar ist gibt es auch in den studenten wohnheim in der regel studierenden wohnheim in der regel nicht also das finde ich ganz zentral das sind aber alles natürlich konzepte was ich jetzt gesagt habe die lange auf dem tisch liegen und ich will an der stelle auch sagen dass es natürlich auch gut ist dass diese vorschläge dass diese punkte auch immer wieder durch eine laute stimme in die parlamente getragen werden finde ich muss man an der stelle aussagen er joe biermaß ist unser wohnungspolitischer sprecher im frankfurter römer jan schalauske im hessischen landtag karen leih im deutschen bundestag und ich glaube dass es wirklich total wichtig ist dass ihr so eine laute hörbare stimme seid für die mieterinnen und mieter dass ihr immer wieder den finger in die wunde legt und einfach da auch den druck macht und das halte ich für total zentral und natürlich finde ich müssen wir die frage diskutieren wie schaffen wir es und da bin ich bei dem also auch über deutsche wohnen gesagt hast aber auch was wir eben gehört haben aus zagreb und aus barcelona wie schaffen wir es den druck zu entfalten weil der druck der gegenseite ist ja so krass hoch also wir haben ja gesehen in berlin bei mietendeckel wir haben bei deutsche wohnung enteignen gesehen wie krass hoch der druck ist die die immobilienkonzerne die immobilienlobby macht was für eine macht auch dahinter steckt was für ja was für also wie die auch ihre interessen vertreten und wir haben das alle gemerkt die auch in berlin für deutsche wohnen und co enteignen argumentiert haben ja dass den leuten eingeredet wird wir wollten ihnen ihr häuschen nehmen also da leute gesagt haben ja und dann enteignet ihr mich ja wo wir gesagt haben also solltest du nicht im besitz von mindestens 3000 wohnungen sein dann wirst du auch nicht enteignet also aber das ist ja auch das problem dass leute oft angst um ein eigentum haben was sie gar nicht haben also auch bei der vermögensteuer wo ja auch niemand betroffen ist und deswegen glaube ich ist das eigentlich der zentrale strategische punkt wie können wir diesen druck eben entfalten und meine sorge ist um das noch auszusprechen dass wir gerade eine zuspitzung von verteilungskämpfen innerhalb der klasse erleben sage ich mal ja die menschen fühlen sich in konkurrenz zueinander gesetzt durch den mangel an wohnraum aber natürlich wissen wir das problem sind nicht geflüchtete das problem sind nicht menschen die einwandern das problem ist der wohnungsmarkt das problem sind diese strukturen die wir haben und ich finde es total zentral auch an dieser stelle deutlich zu machen es geht hier um eine klassenfrage es geht um den kampf von oben gegen unten und wir dürfen nicht zulassen dass so eine entsolidarisierung stattfindet wo eben menschen gegeneinander aufgehetzt werden die allen bedarf an bezahlbarem wohnraum haben sondern wir müssen über die diskutieren die jede menge wohnraum haben die die gut daran verdienen und dafür sorgen dass wohnungen zu ein rendite objekt geworden sind und das finde ich müssen wir deutlich machen dass umzudrehen und zu sagen wohnungen sind kein rendite objekt wohnungen sind auch keine altersvorsorge dafür brauchen wir eine gesetzliche rente wohnungen sind ein zuhause für menschen und deshalb müssen wir sie dem markt dieser profit logik entziehen und dafür sorgen dass sie eben auch dem gemeinwohl unterstellt sind vielen dank janine die linke hat viele konzepte viele überlegungen was man tun kann um für eine soziale wohnraumversorgung zu kämpfen das hat auch dein beitrag noch mal deutlich gemacht aber du hast es zum ende hin auch angesprochen es gibt eben auch mächtige gegenwehr es gibt mächtigen gegendruck und es gibt mächtige interessen die dem entgegen stehen und ich finde dass es in den beiträgen aus barcelona und in zagreb ja auch schon sehr sehr deutlich angeklungen ist und auch benannt wurde vanessa hat von mächtigen gegnern gesprochen von einer wie ich dich verstanden habe von einer kampagne gegen eure regierung gegen eure maßnahmen von fake news also mit all diesen dingen mit mächtigen gegnern habt ihr euch angelegt den immobilien konzernen und natürlich steht auch immer eben die frage wie wir sozusagen diese macht und diese herrschaft durch brechen können aber da du es ja auch schon für barcelona ein bisschen angesprochen hast vanessa würde ich dich auch noch mal fragen wollen wie denn die situation eigentlich in der verwaltung ich sag jetzt mal im staat gewesen ist in dem moment als sie an die regierung gekommen seid wenn ich dich richtig verstanden habe du hast berichtet von eurem partizipativen ansatz also von versammlungen aber hat haben sich diese mächtigen interessen der immobilien konzerne auch in der städtischen verwaltung durchgesetzt haben die auch da druck gemacht habt ihr versuche unternommen die städtische verwaltung zu verändern auf eure seite zu bringen wie war das in dem moment als ihr da in barcelona an die regierung gekommen seid how to explain you that in in my opinion it's an it's one opinion okay if we arrive to the popular neighborhoods talking about fighting about finishing with all these major companies in our in our city it doesn't works like this because people nowadays they are afraid they are afraid because of the a lot of things so my idea is that we need that that's why i i i put this idea of the desire because they're right they are provoking this very easy happy and um family wealthy desires and if we propose fight a shout this is in our place difficult to achieve because people nowadays they are exhausted mentally exhausted they want to live in peace so how we combine this very hard uh propose because we know who we are we know where we are coming from but we also need to know that the people have a lot of like strong preoccupations more related to okay how i'm gonna pay my rent how i'm gonna go on vacations how i'm gonna i don't know whatever so how we combine how we combine this uh this to to measure so for one we 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 did this kind of sanctions of fighting against the the this big landlords but we we and 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 we need to do it but if you want me to be sincere it's just a symbolic fighting because they are stronger than ever because it's a global system so how we manage to not there was a sentence here is like if if you don't one of our problems is that people have such a high like difficult like they dream that when we arrived into power their life will change the second day the the expectatives so we need to provoke realistic expectatives capitalism is himself finishing with himself no but it's still working so we cannot uh suggest that if we win life will become a party life will be become a fight while life not if we win life will be very not so different it will improve a little bit but it's a long path to 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 change the real life of the people like for instance imagine after eight years putting all of our efforts we provided we provided four thousand four thousand eight years four thousand new social homes it was a tremendous effort but four thousand in a city of of one million and a half people it's like just in a well it's a very small uh change for the so how we manage to combine this very symbolic this need to change the rules of the system but not selling these expectatives that when we arrive into power we cannot achieve that that's the idea also irgendwie die realistische erwartung zu wenn man in die regierung kommt mit konkreten veränderungen zu verbinden mit einem langen atem um grundsätzlich etwas zu verändern so verstehe ich eure überlegungen ich meine wenn wir jetzt von in barcelona noch mal nach zagreb schauen dann über hast du auch berichtet von brutalen du hast gesprochen von brutalen angriffen auf eure bemühungen das heißt also auch ihr hattet mit einer heftigen gegenwehr von mobilien konzernen oder auch von der politischen rechten zu kämpfen du hast auch viel berichtet darüber wie ihr versucht habt auch in der verwaltung an einfluss zu gewinnen deswegen wäre jetzt für mich noch mal die frage an dich wenn es darum geht diese markt orientierten dinge zurückzudrängen hin zu einer sozialen öffentlichen wohnungsversorgung wie würdest du da noch mal die die gegenreaktionen und den einfluss der mächtigen immobilienunternehmen und immobilienkonzernen dann in zagreb und auch die auseinandersetzung eurer politik mit denen einschätzen okay well first of all in croatia or in southeast europe we do not have a problem with housing corporations so because we have a lot of granular granular private property so housing corporations are not our problem we have 99 problems but housing corporations ain't one uh but uh yeah so um how do you well uh attacks that are coming towards us are usually this this usual tropes that were mentioned here before and these are fears for left taking uh your hard-earned property rights whatever uh these these are kind of uh usual fears or just like impeding your uh success as an entrepreneur and things like that so uh these attacks also then turn in that they have a life of day on their own and their own kind of a centrifugal power in the media you know then and uh there's a lot of there's a whole chatter a whole narrative that is produced that has nothing to do with what you are doing what i have noticed and what we have like what happens also in zagreb and i'm sure it happened in barcelona is that you uh come into power and think like and you work and work on these different ideas you try this you try that but a lot of it stays also within the idea realm or a lot of it is just like this incremental change as vanessa said like 4 000 apartments for a city of one million and a half in zagreb we will be lucky if we start the project of 300 apartments in one mandate so uh how to counter this of course i don't have a complete answer but what i feel that is important to discuss and important to get into and to understand like we are not the first for us like in zagreb we are not the first leftist government and we will not be the last but the idea is to see kind of a future or a future path and in my mind this future path has to do with not just understanding how many uh housing units we can build in a certain mandate or so but changing relations in a sense that we actually bring more security through common initiatives for example if we have right of first refusal but only for cooperative organizations so you cannot uh you cannot get into this game if you are a lone private owner if we have if the city or you have a government in in the city who actually frees a certain amount of land inside of the city for community land trust if you create these kind of mechanisms if you create mechanisms in common where control over land where control over over land property and housing is not specifically and only in either public or private hands but you have like diversification of these powers this is one of the things that can maybe lead you into a future where you can uh when you can discuss about uh decoupling this this from the the financial market and then in turn creating security in common engagement and common power over property not with uh with private property and private uh ownership over over households so these are like uh this this these questions might and for sure differ a bit from our different countries and especially there is a difference with you know uh central and northern um well northwest europe and and places where we come from but in terms of path forward i don't see i don't see that much difference in the sense of the idea that we that we need to follow this doesn't mean that this will keep us in power for sure but we have to ensure things would change even if we are not in power or some securities are left after us that would be my kind of a conclusion also wenn ich euch richtig verstanden habe geht es im grundsatz auch ein bisschen eine gegenvision eine andere vorstellung durchzusetzen nicht nur allein sich mit mächtigen unternehmen anzulegen das ist die situation in berlin sondern mit der konzeption wie leben die menschen wie wohnen sie wie arbeiten sie welche werte zählen da und da sozusagen der vorherrschenden ideologie von besitz und eigentum idee von solidarität und gemeinschaft entgegen zu setzen vielleicht auch eine wichtige eine kann eine wichtige antwort sein mit dem in dem kulturkampf den wir jetzt ja überall auch in europa entgegen zu treten haben ich würde trotzdem die frage noch mal nach den mächtigen wirtschaftlichen interessen mit denen man sich anlegt auch mit blick auf die kampagne deutsche wohnen und co enteignen noch mal stellen und auch dich caroline noch mal fragen wie schätzt du den einfluss ein dieser großen wohnungskonzerne auf die politik ich meine einiges hast du schon angedeutet aber auf die politik in berlin aber auch in der auseinandersetzung mit eurer kampagne janin hat ja auch schon ein bisschen stichworte von angstmache gesagt die leute nehmen einem was weg das haben wir auch gehört aus barcelona und zagreb also warum wir haben diesen volks entscheid wir hatten eine sagen wir mal mitte links regierung einige jahre wir hatten diese wahnsinnige mobilisierung auch von unten von der du beschrieben hast und warum ist es trotzdem so schwer dass gegen diese mächtigen ökonomischen interessen auch durchzusetzen ja das sind natürlich total mächtige und vor allem auch finanziell starke gegner mit denen wir es da zu tun haben wir haben auch jetzt gesehen dass der ja dass die cdu eine große parteispende aus der immobilienlobby erhalten hat die hat auf jeden fall den wahlkampf sehr gut mitfinanziert aber ich muss auch sagen natürlich sind das große gegner aber das ist im moment nicht das und das ist auch quasi unser unser entgegner den wir uns dann also den wir uns dann stellen müssen aber im moment sind wir ja an einem punkt wo es um die politische umsetzung geht und wir ich kann es nur noch mal betonen wir haben das geschafft die leute davon überzeugen dass die enteignung in ihrem sinne ist ich habe unzählige gespräche gehabt auf der straße auf den haustüren da wollten die leute schon weitergehen und sagen nein enteignen da bin ich auf jeden fall dagegen und dann ist man ins gespräch gekommen hat über die wohnsituation geredet viele leute haben mir erzählt dass sie selber angst haben ihre wohnung zu verlieren dass sie angst haben sich ihre miete nicht mehr leisten können dass sie enorme mietsteigerung haben oder dass die wohnsituation unerträglich ist sie haben angst dass ihre kinder keine wohnungen mehr finden heute haben wir auch gesehen der der großteil der berliner studierenden wohnt bei den eltern weil der auszug einfach nicht möglich ist weil sie keine bezahlbare wohnung finden das heißt es war möglich die leute zu überzeugen dass dieses thema für sie wichtig ist und dass die vergesellschaftung großer profit orientierter wohnungsunternehmen in ihrem sinne ist von daher würde ich sagen natürlich gab es da viel propaganda von der gegenseite es gab hausverwaltungen die haben extra briefe an ihre mieter innen geschrieben dass sie gegen den volksentscheid stimmen sollen aber das hat nicht gewirkt sondern unsere kampagne unsere arbeit auf der straße war überzeugend genug dass wir ja fast 60 prozent der berlinerinnen und berliner der stimmberechtigten muss man ja auch dazu sagen eigentlich sind ja auch noch viel viel mehr berliner in für den volksentscheid aber sie sind eben nicht stimmberechtigt das ist also gelungen diese diese spaltung die es da gibt die zu entkräften die gegenpropaganda die dort gemacht wird von den mächtigen immobilienkonzernen die zu entkräften tatsächlich muss man sagen jetzt scheitert es gerade an einem politischen willen das umzusetzen und wir arbeiten total gut mit auch personen aus der links partei zusammen wir begrüßen das natürlich auch total dass die links partei sich für eine gemeinwohlorientierte wohnungspolitik einsetzt und die links partei ja auch offensiv sich für die umsetzung des volksentscheides eingesetzt hat aber auch unter ihrer regierungsbeteiligung kam es nicht sofort zu einem umsetzungsgesetz sondern es wurde diese expertinnen kommission eingesetzt auch die links partei in berlin hat dieses unsinnige wohnungsbündnis unter giffey mitgetragen da ist sogar der berliner mieterverein nicht mitgegangen und also nichts gegen den berliner mieterverein ich bin da auch mitglied diesen toll aber ist jetzt auch nicht der progressivste player wenn es um mietenpolitik geht von daher frage ich mich auch wie groß ist da die unterstützung wirklich auch von der links partei an der parteispitze wie gesagt mit der basis arbeiten wir sehr gut zusammen auch bei den grünen und auch die spd basis hat entschieden auf ihrem landes parteitag dass sie sich für also die basis hat entschieden dass der volksentscheid umgesetzt werden soll und da scheitert das dann eben auch an den hierarchischen parteistrukturen dass da der koalitionsfrieden höher gesetzt wird als sich für eine progressive gemeinwohlorientierte mietenpolitik einzusetzen von daher müssen wir sagen im moment scheitert es vor allem an dem politischen willen dass das umgesetzt wird es ist natürlich jetzt mit der mitte rechtsregierung kein deutlich besser geworden wir also wie als kampagne aber auch ich persönlich als berlinerin leide immer noch unter dem schock dass wir jetzt eine cdu-regierung an der macht haben in berlin und es erfüllt mich auch mit angst wie es die nächsten jahre weitergeht in berlin nicht nur wohnungspolitisch sondern auch was kulturelle freiräume oder sichere verkehrswege angeht da kommt auch noch einiges unschönes auf uns zu genau trotzdem würde ich sagen klar unser endgegner sind die immobilienkonzerne und dieser punkt wird noch kommen wo wir mit denen in den kampf treten werden im moment muss ich aber sagen sind wir an so einem zwischenpunkt wo ja der politische wille im parlament fehlt um diese progressive wohnungspolitik nämlich die gesellschaftung profit orientierter wohnungsunternehmen in berlin umzusetzen ja den ball von caroline janin würde ich gleich an dich auch noch mal weitergeben an dem politischen willen der linken sozusagen liegt es nicht sicher nicht wahrscheinlich nicht dass der volksentscheid bisher noch nicht umgesetzt worden ist ist ja auch gefragt worden wie die parteispitze die hier die sache sieht ich habe da eine vorstellung davon wie du das einschätzen da wirst das wirst du uns sicher gleich sagen aber vielleicht noch mal aus sicht auch der der linken was kann man denn aus dem bisherigen auseinandersetzung um den volksentscheid den erfolgreichen volksentscheid deutsche wohnen und co enteignen und seine bisher noch nicht erfolgten umsetzungen auch als linke noch mal lernen aus dem zusammenspiel zwischen der partei und der bewegung aber auch eine partei die dann an der regierung ist und der bewegung ja also um das vorweg zu sagen also die parteispitze der linken und der parteivorstand hat natürlich deutsche wohnen und co enteignen unterstützt wir haben auch selber mit unterschriften gesammelt und ich halte das auch wirklich für einen unglaublichen erfolg ich an den glaube ich nicht so viele leute in dieser deutlichkeit zumindest geglaubt haben dass das wirklich möglich ist also dass man jetzt mietendeckel zur abstimmung stellt und dafür mehrheit kriegt okay aber dass man für so eine forderung also nach einer enteignung der immobilienkonzerne eine so auch nicht mal knappe sondern so deutliche mehrheit bekommt das ist total also das ist großartig und deswegen also hat die linke das ja auch leider als einzige partei aber eben auch unterstützt und ich finde auch dass dieser erfolg er zeigt dass man für eine sehr grundsätzliche ja für eine antikapitalistische politik auch wirklich breite mehrheiten erreichen kann wenn man eben genau an den bedürfnissen der menschen anknüpft an ihren problemen anknüpft aber eben auch deutlich macht dass wir gesellschaft nicht dadurch verändern dass wir immer nur kleine stellschräubchen drehen sondern dass wir wirklich an die ursachen der probleme rankommen und das sind eben in ganz vielen oder eigentlich an allen punkten die macht und eigentums strukturen die wir grundlegend verändern müssen um die probleme unserer zeit zu lösen ob das bezahlbarer wohnraum ist ob das die klimakrise ist ja ob das viele andere themen sind und das finde ich erst mal zentral ja ist richtig natürlich fehlt der politische wille der fehlte in der jetzigen regierung in berlin das ist ja ganz offensichtlich der fehlte auch in der letzten weil spd und grüne natürlich das und insbesondere die spd überhaupt nicht umsetzen wollten und vielleicht ist auch die geschichte von deutsche wohnung co enteignen auch noch mal ein grund und anlass um einfach die debatte auch zu führen wie welche grenzen und beschränktheiten gibt es vielleicht auch von parlamentarismus von regierung und wie können wir wie kann man einen druck entfalten ja dass man eben solche dinge dann auch durchsetzen kann weil natürlich wir wollten das durchsetzen die kommission hat ja jetzt auch gesagt das ist möglich also zumindest jetzt in diesem vorgutachten und deswegen finde ich das absolut zentral dass wir eben diese debatte führen wie man auch den druck da erhöhen kann ich will auf einen punkt noch mal eingehen den vanessa auch gesagt hat diese frage der angst weil ich glaube das ist doch also deutsche wohnung co enteignen war jetzt ein total großer erfolg aber ich finde für also jetzt auch wenn wir uns mieten oder auch nicht fehlende mieterinnen bewegungen jetzt anschauen ist glaube ich die frage der angst absolut zentral dass menschen sich total klein fühlen dass mieterinnen und mieter ihre rechte überhaupt nicht kennen dass wohnungsbesichtigungen wie castings ablaufen ich habe jetzt gehört dass es für mieter gibt die lebensläufe von ihren potenziellen mieterinnen und mietern fordern weil die ja auch alles mit denen machen können so also die leute haben ja das gefühl ich bin froh wenn ich irgendwie überhaupt unter den 300 bewerbern ausgewählt werde zahlen dann aus verzweiflung noch viel abstand für irgendwelchen müller in der wohnung bleibt und jeder denkt ich will es mir bloß nicht verscherzen und deswegen glaube ich ist das auch absolut wichtig dass wir auch immer deutlich machen mieterinnen und mieter haben rechte und in menschen auch die angst zu nehmen dass sie quasi dem so ausgeliefert sind das finde ich auch wichtig diese meldung heute hatte ich auch gelesen ich hatte es unter der überschrift gelesen hotel mama immer beliebter dass immer mehr junge menschen immer später zu hause bei ihren älteren ausziehen was aus meinem also ich denke wir uns einig sind dass jetzt nicht nur an der beliebtheit dieser das zuhause wohnen ist sondern vor allem einfach schlicht und daran liegt also also schlicht und daran liegt dass menschen sich das halt nicht leisten können weil studierende auszubildende auch berufsempfängerinnen und anfänger einfach diese hohen mieten überhaupt nicht zahlen können und das kern des problems ist ja ich finde die frage wie können wir sowas wie so eine angst resignation vielleicht ohnmacht auch überwinden also es gibt sie ja diese erfolgreichen kämpfe auch im bereich mieten im bereich bezahlbaren wohnraum wo privatisierung verhindert wurden wo verhindert wurde oder wurde erreicht wurde das stadt ein vorkaufrecht vorkaufsrecht wahrnehmen wo ja auch kämpfe jetzt lokal irgendwie gegen bonovia und andere gewonnen wurden also ich nur diese kämpfe finden natürlich naturgemäß sehr stark auf so einer lokalen ebene statt und ich glaube es ist wichtig dass viel stärker auch zu verallgemeinern und viel ja viel viel stärker auch ein austausch darüber zu haben weil solche geschichten uns ja auch allen den mut geben dass es sich eben lohnt zu kämpfen auch wenn der gegner sehr 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 stark ist und du hast es ja angesprochen also natürlich ist das problem dass die berliner cdu spenden aus der immobilienwirtschaft bekommt aber sie ist natürlich auch nicht einzige partei diese spenden bekommt sondern wir einfach sehen dass die vernetzungen zwischen immobilienbranche und der politik einfach total stark sind was natürlich auch mit dem grund für den fehlenden politischen willen ist dass man sich nicht anlegen will und ich finde das ist kern des problems dass eben man die ganzen versprechungen die man auch im wahlkämpfe macht und wir wollen die mieterinnen und mieter schützen und dass das halt alles nicht funktioniert wenn man nicht bereit ist sich eben auch mit profit interessen anzulegen sich mit mächtigen konzernen anzulegen und da will ich noch mal sagen dass da natürlich eben diese frage also deutsche wohnung co enteignet eben genau der das deshalb so zentral war weil er diese eigentumsfrage eben aufgemacht hat und deutlich gemacht hat wir müssen an die wurzel des problems gehen und deshalb war es uns natürlich auch total wichtig da teil von sein zu sein von anfang an und das natürlich auch aus zu unterstützen und ist ja jetzt auch ein beispiel ist für andere städte also hamburg plant das ja andere städte jetzt auch überlegen wie man sowas umsetzen kann also von daher würde ich aussagen es ist ein erfolg gewesen diese abstimmung zu gewinnen und wir müssen weiter darum kämpfen dass der wille der berlinerinnen und berliner bei einem demokratischen volksentscheid auch umgesetzt wird und das darauf dringend dass es umgesetzt wird und ich glaube in zwei wochen kommt der bericht der expertenkommission da auch noch mal das zu nutzen um den druck auch auf diese neue ziemlich furchtbare regierung zu machen dass der mit dem regierungswechsel sich der mehrheitswille und die das demokratische votum in berlin nicht geändert hat jetzt wäre der zeitpunkt gekommen wo wir noch mal an euch geben würden ich glaube ein bisschen raum wäre noch für nachfragen oder auch für diskussionsbeiträge wir hätten mit blick auf die zeit weil es soll ja glaube ich im anschluss noch getränke geben wenn ich das so richtig in erinnerung habe das wollen wir natürlich alle nicht verpassen aber noch die möglichkeit drei oder vier nachfragen oder statements von euch einzuholen bevor wir dann noch mal eine abschlussrunde machen ich würde nur sehr sehr gerne direkt noch mal vanissa fragen und auch noch mal ganz ganz herzlichen dank dass du in dieser schwierigen situation wo es in berthelona ja gerade ganz ganz viel zu besprechen gibt dass du zu uns hier auf unsere konferenz gekommen bist und du hast vorhin und da habe ich die ganze zeit gedacht ich will wissen du hast vorhin gesagt morgen ist ada kalau nicht mehr bürgermeisterin und natürlich wird mich jetzt und ich glaube das geht auch manchen anderen hier im saal auch noch mal interessieren was ist da gerade jetzt aktuell entschieden worden so the situation is we have this election our plenary the local plenary it's formed by 41 consulons the leftist if you include the socialist party as a left party we got 24 consulons or consulons if you include the socialist who did a right campaign but the the name is the socialist so socialist esquerre republicana which is a nationalist a catalan but leftist party they want the independent of catalonia but they are from also from the left and barcelona and common so we got this 24 so we got this 24 but we are none of us has the majority alone to achieve the the mayor and the party from the national right catalan party which is well nothing for you it's junspark catalunya he was the most voted list he was the most voted list you understand the situation so what's going on at that moment at that moment what's going on is that we from the left we are not achieving the agreement because because the the socialist one he wants to be the mayor even though we have almost in a drossi situation Ada Colau has just less than 100 votes than the socialist but he wants to be the mayor you know the typical and so there is also another point is that because at the national at the Spanish level we have this coalition this national election that thanks